TalkDot will sich vergrößern und verschönern. Genau, wir suchen eine neue Familienkutsche. Jemand, der sich damit auskennt, ist Helge Thunsen. So, sag mal hier, was ist denn das für ein Marsch? Ich guck's dir schon mal an. Ford F-250. Baujahr? 1968. Aha, Hubraum? 5,8. Was schluckt der so? Verbrauch? Ach, Verbrauch, Verbrauch. Wenn du gut bist, unter 20. Wie viele Leute passen rein, Plätze? Vorne drei und hinten so viel du willst. Okay, und Unterhalt insgesamt? Oh, das ist ein Oldtimer und ich meine, wenn du hier schon ein Quartett abfragst, das ist der Superstich. Und wenn die Lady dann so mitfährt, dann hast du doch eh keine Fragen, oder? Oh mein Gott. Den nehmen wir. Ja, was kostet er? Ja, da gibt's ein Problem. Eigentlich ist er gar nicht zu verkaufen. Oh, darüber reden wir noch bei TalkDot.